Zweitens, was viele nicht berücksichtigen, wenn eine Frau ihre Tage hat oder im Wochenfluss ist, also im Wochenbett, dann ist die Scheidung haram. Man darf nicht die Frau scheiden während der Periode. Es ist eine Sünde. Denn Allah sagt, so scheidet euch in den bestimmten Zeiten. Du darfst nicht einfach so drauf los scheiden, sondern wenn die Phase begonnen hat, in der man scheiden darf. Wann ist diese Phase? Wann darf man sich von einer Frau scheiden? Wenn die Periode zu Ende ist. Das ist die erste Bedingung. Und zweitens, also wenn die Reinheitsphase begonnen hat und es vor der Scheidung nicht zum Beischlaf gekommen ist. Das sind die zwei Bedingungen. Ansonsten ist es haram. Es ist nicht erlaubt. Es ist eine Sünde. Warum hat das Allah so festgelegt? Damit der Mann nicht voreilig sich trennt, sondern damit er Zeit hat. Und deswegen wurden diese Hürden aufgestellt. Erst einmal in der Periode, sagen wir mal sechs Tage, sieben Tage, mehr, weniger, da darfst du sowieso nicht. Ich habe Streit, ich habe jetzt irgendwie, ich bin sauer, okay, aber trotzdem, jetzt bist du erstmal ruhig. Die Periode ist vorbei, dann kannst du dich scheiden. Der Mensch wird vielleicht nochmal überlegen und so weiter, nicht einfach so drauf los sich scheiden. Und wenn es in der Reinheitsphase zum Beischlaf kam, dann gilt Stopp, jetzt darfst du dich nicht trennen, bis die Frau ihre Periode bekommt. In der Periode darfst du dich auch nicht trennen, bis sie die Periode beendet, dann darfst du dich erst scheiden. Warum noch einmal die Weisheit dahinter, dass die Scheidung nicht so einfach ausgesprochen wird. Die Gelehrten sind sich nicht einig, ist die Scheidung, die Haram ist während der Periode, trotzdem gültig oder nicht. Und hier sagen die vier Rechtsschulen, ja, die Scheidung ist während der Periode oder während des Wochenbetts gültig. Ibn Uthaymin und Ibn Bez und Ibn Taymiyyah und viele andere Gelehrte sagen, nein, sie ist nicht gültig. Warum? Weil sie verboten ist. Und das ist ein Bid'a, Talak wird das genannt. Talak Bid'i. Es gibt Talak Sunni und Talak Bid'i. Ein Sunna Talak, also gemäß der islamischen Regeln, also nicht während der Periode, nicht nach Beischlaf, bis erst wieder die nächste Periode beginnt und endet. Das ist der Talak nach Sunna, also nicht freiwillig, sondern gemäß der Religion. Und es gibt den Talak, der Bid'a Talak, der ist nicht islamisch, der ist verboten. Aber die Frage ist jetzt, ist der Bid'a Talak, Talak Bid'i, ist der gültig oder nicht? Alle vier Rechtsschulen sagen ja. Das zeigt, wie gefährlich die Sache ist. Aber wie gesagt, Ibn Uthamin und andere sagen, nein, ein Talak, der nicht erlaubt ist, ist auch nicht gültig. Was ist mit, auch wenn wir jetzt nicht über Scheidung reden, aber wenn wir schon dabei sind, während der Schwangerschaft, während der Schwangerschaft ist die Scheidung gültig. Während der Schwangerschaft ist die Scheidung gültig. Einige denken, während der Schwangerschaft kann ich nicht geschieden werden oder kann der Mann nicht scheiden. Doch, während der Schwangerschaft ist die Scheidung gültig. Ich glaube, das ist die Scheidung.